hallo und herzlich willkommen zu let's play minecraft ja minecraft mod projekt mit dem blight und dem hoshi hallo hallo erstmal falsche tassen drücken erstmal zweimal falsche tassen drücken ich bin gut stop stop ja ich weiß das klappt oder vorhin genau weiß ich nicht warte mal erstmal ein paar reformationen für den anfang ja ich bin krank es ist wer vielleicht weiß ich nicht ja hört sich scheiße an ich weiß ist mir egal es fehlen noch zwei leute ist von uns ja kommen einer kommt nachher noch wahrscheinlich der andere irgendwann im laufe der folgen halt wir spielen das modpack anna bricht auf der minecraft version 1.7.10 wir haben noch ein spaßvies zuhörer nebenbei dabei der csgo zockt die voce lasst mal lasst mal vulkan laufen und sagen machen das was ich vorhin gesagt habe wer es als erstes schafft ein holzhaus in der lava zu bauen ok nein alles klar aber lass mal in richtung vulkan laufen ich glaube das ist erstmal die frage was deklarierst du als haus wo halt ein bett reinpasst und wo man drin pennen kann und das mal stehen bleiben also ein vier mal vier mal drei haus ja und es darf nicht abbrennen ja es muss halt einmal komplett da stehen ja ne und dann muss es drin also es muss bleiben wow in der lava ja es geht doch das geht wenn du glas drum herum baust ja dann ist es auch nicht in der lava doch klar es war entschlossen von lava ja aber es ist nichts ja geil ich nehme die sunflowers mit die sind aber mega geil direkt ne idee für meine bude das ist ja ich meine wir bauen eh ne große bude aber die vorgaben falsch da soll jetzt was ist das ja ich hab keine ahnung von irgendwie hier pflanzen und so zeug ich bin hier so der reaktor und technik freund das irgendwie kommt das ja wieder ein bisschen nicht klar wir müssen umlaufen sind aber es ist normal wo seid ihr denn jetzt am vulkan hier seid schon da ja ich brauche noch ein bisschen give me a second bra hier ist basalt ja hier sind pilze erst mal mitnehmen also so ein baupilz hä wo ein vulkan ist bitte das villagerdorf ich drehe dich am vulkan rauf und drehe dich an meinem kreis und siehst das also wie fucking groß ist das bitte ist da ist da ist da so ein ach du heilige scheiße ok ach du heilige scheiße ja das ist wirklich gar nicht mehr klein das geile ist wir haben da direkt karotten und also und stuff so viel gluck 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 find ich gut find ich gut find ich gut find ich gut erst mal hier müsst ihr plündern und ausrotten und zerstören und ist die frage wollen wir uns hier in der nähe erstmal niederlassen dass wir hier dann weil sie ist das aller will ich irgendwie nicht keine ahnung ich will schon irgendwie einen spot finden weil ansonsten lassen wir uns hier nieder und dann ist der spot hier scheiße und dann wollen wir uns einen neuen druck und dann müssen wir das ganze zeug mitnehmen weisch also was ist das was denn hier gibt so wie groß ist das bitte hier gibt so ein wie heißt das so ein gewächshaus ja ich bin an der kirche du behinderte hase du forze du verpistisch also wollte ihr erstmal nicht bleiben nee weil ansonsten müssen wir mit dem ganzen zeug umziehen was ist denn hier die area of inka witchcraft witchery craft ja ja das wäre irgendwas für chris wahrscheinlich ne ja ja chris ist dann unser unser magier ja richtig haben wir für ihn beschlossen ja das hat er auch für sich selber beschlossen ja gut dann der war schon nur unser magier und wird das auch mal anreifen hier hier komm mal hierher guck dir das mal an guck an ja da habe ich da unten ist irgend so ein guard da unten rennt ein typ mit bogen rum richtiger arschlöcher wo ja hier weiß ich nicht da hat doch ein guard erst mal angreifen alter hat er viel erleben aua alter gif 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 vert gif 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 F v p j au f du Leben. Ich bin tot. Er wurde dann nicht tot. Goddammit, Alter. Ich renne so schnell wie möglich wieder hin. Was ist das hier? Brauch mal nicht. Brauch mal nicht. Brauch mal nicht. Voll geil, dass du, wenn du wieder Spawns erst mal 5 Minuten Speed hast. Finde ich gut. Oh, ich weiß, ich bin jetzt schon überfordert. Warum? Ich muss nur zu sagen, wir haben all dieses Modpack noch nie gespielt. Ne, das nicht, ne. Einfach alle mitgehen lassen, warte, Chris. Bis dein Winter voll ist. Oh, ja, du bist gleich voll. Echt? Ja. Oh, je, je. Habt die Maschine auseinandergenommen, die hier standen, dann? Alles klar. Ah, ich muss jetzt noch mal gucken. Ich will die ganze Scheiße hier nicht zurücklassen. Hier unten bin ich gestorben. Das ist gut zu wissen. Und da steht auch der Guard. Das Arschloch. Warum hat man zwei mal dieselben Seed, aber kann der nicht stapeln? Äh, weiß ich nicht. Frag den Seed. Kann ich hier aber schon ein bisschen ausmisten, mit dem Zeug, was ich doppelt hab. Casting tape. Oh, du drehst gar nicht, du stirbst jetzt. Ist das da wiederkommen? Oh, ich hab'n Bogen. Ja. Äh, hier steht ne Bitch. Oh, ich Idiot. Ne, ne Bitch steht hier. Oh, nice, ich hab'n Bücher. Ja. Oh, diese Guards, ne? Oh ja, ich bin auch beim Gewächshaus. Cool. Alter, what the fuck. Cropsticks. Nice. Villager. Ja, alles klar, grünen Boden. Brauche ich nicht. Oh. Nee. Oh. Oh. Diese, diese Villager-Sounds, ne? Oh. 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 Alles klar. Leiser Ausgang. Ich hab'n beschlossen, ich werd' Gärtner. Du wirst Gärtner? Ja. Alles klar. Ja, wo treffen wir uns? An der Kirche? Können wir machen. Ich bin grad noch die Dinger am Abbauen. Die Schläuche von dem Gewächshaus. Da hätt' ich noch auf die Uhr geguckt, vorm Angefangen haben die, ne? Nö. Alles klar. Also, bei mir steht ja eh dran, neun Minuten 33 nehm' ich auf. Nimmst du auf, ja? Ja, nehm' ich voll krass auf, ja. Na, guck mal. Ne, 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 da wird's lang. Das ist wohl nicht. Komm, lass den Trick nur funktionieren. Ich baue ja gerade noch so'n Water Tank ab, weil, wie gesagt, ich will hier so'n Gewächshaus bauen, so'n riesig fettes. Alles klar. Ich bin auch noch an Bäume fällen. Ja. Ich tu mir mal gesnürt und tu Nase putzen. Uiui, ja, viel Spaß. Schnief, schnief. Hoshi. Hast du? Man, hört dich trotzdem bleib. Was? Ja, ich weiß, aber glaubt aber nicht. In deiner, ja. Ach, du heilige Scheiße. Jetzt weiß ich, was du mit überfordert meinst. Alter, gibt's hier viele Seals. Hoho, Scheiße. Guck mal. Was denn? Lass mal Schach spielen. Äh, nö. Achso. Äh, ja, nee. Nein, ich will jetzt kein Schach spielen, Hoshi. Ich hab das Ding auseinandergenommen. Wart ihr schon unten in der Schmiede drin? Habt die gelootet? Ja. Habt die Öfen abgebaut und alle? Ja, wat 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 drin? Äh, Redstone Alloy. Unknown Dimlet. Und noch irgendwas. Kenn ich alles nicht. Äh, lol. Äh, hier sind zwei Villager, die grad pennen. Kommt mal, kommt mal zur Schmiede runter. Leu, der Gart ballert grad den Zombie ab. Ja, ist halt ein geiler Gart. Schach, hat ein großer Typ. Okay, wenn ich auch die Gart zifte, oder so. Hoshi, komm mal her. Unter dir. Nein. Arschloch. Gleich, muss gucken, wie die Metze ausgeht. Das ist auch von hier unten. Zombie tot. Ich weiß. Guck mal da rein, die pennen. Aufstehen. Jetzt würde ich in die Box von der Gart an und fick dich. Ne, der fick dich nicht. Der fickt nur Zombies. Außer wenn du ihn angreifst, ne, Markus? Ja, außer du greifst ihn an. Ah, okay, doch, wenn du willst, der angreifst, äh, fickt er dich. Ich töd ihn mit meiner Schüssel. Natürlich. Ja, er ist tot. Er war schlecht. Und dir der Zombier in der, ja. So. Au. Puppe, Markus, die pennen hier. Naja, ich wollte dich schon wieder. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich auch gar nicht gesagt. So, können wir uns jetzt vom Affen machen? Vom Affen machen, ja. Zum Affen machen, ja. Was für jeden Tag, Markus. Ja, Mann. Ich hab einen Emerald, ich hab einen Emerald, ja. Ich hab einen Affen, ja. Lass mal dahinter. Alles klar. Schwebt ein Horsche, schwebt bei dir über Markus, dein Kopf auch so im Pfeil. Ja. Was für Pfeil? Da oben schwebt ein Pfeil. Bei dir. Egal. Oh. Ja. Nice. Ey, wollen wir mal schnell einen Screenshot machen fürs Thumbnail? Ja, aber nicht in der Nacht. Ja, stimmt. Oder? Spinner. 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 Ah, noch mehr Fischhatz. Oh, nee. Äh, Mädels, ich buddl mich mal irgendwo ein, ja. Einbuddeln ist schlecht. Binne tot. Du ist auch schlecht. Ich renne weiter. Ja, wohin denn? Äh, Richtung Hügel oder so. Zombie tot. Bin schon ganz weit gerannt, also von daher. Oh, was ist das hier? Ein Creeper. Ach du Scheiße. Was ist das? Ein Creeper. Das ist davor schon. Und der Musical Lime-Flo. Oh mein Gott. Äh, Baby, so ein bisschen schnell. Baby, so ein bisschen schnell. Äh, ich bin... Das sind so ein paar... Markus, bin auf uns im Spawn zurück, falls du mir aufgefallen bist, ne? Echt? Oh, fuck. Ja, geh, Alter, ja, dann ab in die andere Richtung hier so. Ah, dann lass hierhin ab. Kannst du mal was tun? Ey, da ist Hoshi. Wo denn? Ja, neben dir. So, einfach, einfach folgen. Easy get right. Oh, da ist ne Bitch. Ja, scheiß, komm, einfach weiter rennen, einfach weiter rennen. Die hat schon ne Splasche auf mich geworfen. Was ist das für Leuchten da? Ach, Entschuldigung. Oh, nein, ich bin wo reingefallen. Oh, ich war... Ja, ich bin noch wo reingefallen. Nice. Das Literaturen-Rennen ist auch dumm. Oh, weiter hier. Tschüss. Auch schön, dass Markus vorrennt, wenn du den ganzen Viech auf ihn fixierst. Ja. Aber sie treffen mich nicht, weil sie schlecht sind. Dafür hast du auch nur zwei Pferde im Körper stecken. Ja, vor... Oh, ich hab... Ich hab den ersten Punkt für uns, wo wir uns dritt verstecken können. Äh, wir müssen doch erst mal irgendwo zubauen oder so. Ne, ist ne fette Höhle. Ja, trotzdem zubauen oder ne? Oh, ihr sind's gelächter. Sag doch nicht. Alter, das hier ist voll der 3D-Sound. Wenn ich hier eine Fackel platziere. Ja, wir brauchen hier Dingspumps. Äh, Holz. Ich mein Holz. Da brauchst du ein Sticks. Erstmal FC-Bahn machen, um zu gucken, ob noch irgendwo... Ich hab eine, ich hab eine. Ich hab vorhin eine gelootet, ja. Ja, komm her. Hier. Drei Stück. Ich kann die nichts planten. Plant die mal einfach irgendwo hin. Oh. Oh. Genial. Oh, seid ihr dumm, Alter. So. Warte, ich versuche hier noch so auszuleichen, dass hier keine Mobs mehr spawnen können. Dann gebt mal bitte Holz. Äh, Holz. Holz, einfach. Ja, hab ich zwei Stacks fast. Ja. Wow. Alles klar. Dankeschön. Jo. Aber damit beenden wir auch die erste Folge schon. Was? Ja, es waren ja schon 16 Minuten. Nein. Doch. Oh, nö. Ja. Naja, damit, äh, war's das mit der ersten Folge. Nö. Schaltet nicht wieder ein. Schaltet ja definitiv wieder ein, jo. Dann wird's toll. So, ähm, dann würde ich schon mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und, ja. So, ähm. Ja.